Eine ganz schöne Sache ist so ein Pucksack. Und zwar gewöhnlicherweise haben Kinder ja ganz oft so Strampler an, aber das nimmt ganz viel Fußwahrnehmung. Also das Schönste ist eigentlich für ein Kind, die Füße wahrzunehmen im nackten Zustand. Und daher empfehle ich immer sehr gerne solche Pucksäcke. Da werden die Kinder also einfach nackt rein angezogen. Ja, haben hier erstmal ein ganz, ganz schönes Gefühl in der Mitte durch diesen Gummizug. Und können jetzt hier wirklich schön strampeln und haben wirklich diese Füße schön aneinander und können wirklich die Füße ganz gut wahrnehmen. Ganz, ganz wertvoll. Strampler, wie gesagt, wenn ein Strampler, dann am besten wirklich ohne Füße. Einfach nur bis hier Söckchen angezogen und auch schon mal zwischendurch zu Hause die Söckchen ausziehen. Und einfach fühlen lassen.